beide fähigkeiten dann erwartet dass wir schon eine weile draußen der daniel kommt nach dem zwei jahren spiel draußen ist und fragt sich warum haben die alle schon viele sachen lang ist das spiel schon draußen monate jedenfalls mehrere monate mein gott die aufregung aber das von steven universe die musik so power aktiviert oh wow all right all right da dachte ich war draußen der kollege ich habe gerade irgendwie teleport gemacht obo power nein soll wenn ich so hoch bin ich springen irgendwie man kann sich wortwörtlich irgendwie aus dem screen irgendwie rausspringen machen wir die hausse die hat schon nur 80 ich weiß du bist nicht meine ich da und geh weg ich habe gesagt so geht doch ja wir schaffen dort schon ich habe auch irgendwie 149 jetzt bin ich raus so macht man dann hier gewinnt gegen einen arme und sagt ich bin der größte wir haben nichts die sind aber eins der einer ist oliver gray der andere ist wolfie jack so in zwei männer aus stahl eine faust aus stahl du weißt hat damit passiert oder pro backen aus stahl nicht wir müssen superman besiegen dann ja ok ok superman ich habe die granate auf die wochen mein superman hat 100 schon die zeit ich habe ich habe schlagen gefeuert es kann gegen die wand zu flogen ich habe mir kurz vor ich habe mir kurz noch mal aufladen ich habe mich auch erstmal aufladen ich habe zuvor stelle ich ja Be more wir schreiben den gigi 20 schaden und das war pissen sich echte superman viel länge ich habe verloren ich gehe zu meiner mami wo wir uns unseren nächsten opfer wir müssen sofort auf mr war gehen kann ich mal sehen wir nochmal drauf haben wenn ich gut wenn ich die selben fähigkeiten haben wir können auch erst auf batman losgehen der stufe 1 und hat gar nichts er könnte zum beispiel schwierig werden der tom und jerry wir sind zwei oder vier okay wir beide sind aber battle will be legendary abwattet geht schon los das bleibt immer auf ihn gehen los auf tom oder jerry sind zwei verschiedene ich glaube wir haben ein bisschen mehr drauf und gleich dazu meine 5 zu deliver von Bully ich habe mich losgehen ich glaube man muss auf tom losgehen und hat sich leitet ich habe ja also die tour hat man irgendwie zweimal in der luft und die ausweichen kann zweimal nicht der jerry auf mich geworfen ich glaube du kannst nur die katze angreifen ja habe ich auch schon kann gut sein dass die gar nicht zusammenspielen sondern nur random sind oder ja nehme ich mal an dann war es viel mehr schaden gemacht als ich kann ja drei chaos gemacht ok man kann anderen tost geben am ende des matches ich wollte zurück tosten ich wollte zurück tosten hier stand ja zurück tosten schnell gedrückt das ist richtig geil ehrlich gesagt das spiel ja das wird wahrscheinlich wieder schwer gegenseitig gerissen ich habe keine ahnung spürt meine hand ich weiß nicht schon vorne ja 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 wir haben die ausfahnen ja ja ich komme die vorweg hilfe wir uns mal uns mal schickt aufs fiel nein dass ich mein rucksack wo die aufs vier ich habe mehrmals machen ein bisschen geil die ränder des bildschirms irgendwie einfach nur hat nicht sind man kann sogar zweimal in der luft springen da hast du da schon gesagt du findest gut dass man jetzt wenn man die luft springen kann der ausweichen meine links und rechts ausweichen der luft ich komme okay es erzählt dass wir im fernsehauf treten in der profiliga kämpfen auch rematch ich bin ich ja trotzdem die belohung auch wenn er nicht auch wenn er nicht akzeptieren ich glaube wir haben wir dann zeit damit dieser charakter auszuwählen bei belohnung ach darum muss ich das auswählen glaube ich da kann ich jetzt nicht noch bestätigen muss glaube ich ja müssen wir voll spiel bestätigen habe ich doch nachguckt oder nicht ich bin alt ich glaube wir sind gar nicht rausgeflogen mit dem kampf nicht ich war noch vor karaktere vorkommen ja die tun immer noch wieder hinzufügen was ist das verlor das ist ja die bad der von wick und mordi das sind die das den song jetzt schwirft die da die köpfe sind das publikum ich wollte eine granate werfen ja auf die himmlischen weiten das ist jetzt da was musik das klingt wie er wie heißt wenn sie irgendwie schon bei mir schon jetzt nicht genau die ist wahrscheinlich aber ein rauskauen schneller ich weiß irgendwie nicht was das heißt wenn granate kript bei mir steht ja auch nicht ich habe kein geld ich habe mich aus ich hau dich raus ich raushauen wir haben sie raus das wird knapp ich glaube ich habe ich herunter geflogen da hätte ich nein die lebt immer noch 92 ich kann war ein mit einer schlange jetzt waren die besser ja jetzt gibt es der mantos nämlich auch getrostet ja zurückgetrostet ja oh left off ja